Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ofenfrisches, knuspriges Brot, das ist der Stolz von jedem Gobe Bäckermeister. Und das Brot nicht nur frisch, sondern auch in den verschiedensten Sorten anzubieten, das ist bei Gobe selbstverständlich. Bis das Brot im Laden seinen herrlichen Duft verbreitet, braucht es allerdings noch viele Anstrengungen. In den 40 Gobe Bäckereien werden täglich von 1400 Fachleuten rund 114 Tonnen Mehl, das sind 12 Eisenbahnwagen, zu Brot verbacken. Und rund 340 Lastwagen, die bringen dann die knusprige Fracht in fast 1300 Verkaufsstellen im ganzen Land. Zwei Brote, die Sie in jedem Gobe Blatt besonders günstig bekommen, das ist das knusprige Rauchbrot und das Halbweissbrot. Daneben sorgen Spezialbrot für Abwechslung. Das Pariser Brot, das rustikale Farmerbrot oder das schrotige Vollkornbrot. Und das hier, das ist der feine Gobe Butterzopf. Auch heute noch wird er von geschickten Händen kunstvoll zöpfnet. Sie sehen also, liebe Zuschauer, Gobe Brot ist Brot vom Bäck. Löschblattfarben, Nebelfarben, Schattenfarben, das sind ein paar Farbstimmungen der neuen Herbst- und Wintermode 1983. Dem neuen Trend angepasst, bietet Beldam, der modebewussten Dame, eine breite Palette von den neuen Farben. Von einer hochwertigen Kosmetiklinie erwartet man aber nicht nur modische Farben. Sie soll auch hautverträgerisch sein und den ganzen Tag einwandfrei halten. Die Beldam-Kosmetik erfüllt alle diese Ansprüche, denn sie wird von führenden Weltfirmen hergestellt. Haben Sie übrigens gewusst, dass es eine fundierte Beratungsstelle für Beldam-Kosmetik gibt? Rufen Sie doch dort mal an. Und wenn wir schon gerade bei den Moden sind, in Ihrem Gobe Warenhaus, da finden Sie jetzt aktuelle Winterfreizeitmode. Zum Beispiel die modische Damenjacke aus Canvas mit Kortbesatz, die bequeme Damen-Manchesterhose und Jacke und Jeans aus Canvas für die Herren. Stellen Sie keine Heizölle, bevor Sie diese Nummer gewählt haben. 041 40 44 22. OK Gobe liefert Heizölle prompt und zu günstigsten Tagespreisen. Rufen Sie doch gerade nicht nach. Das OK Gobe Heizölle-Telefon ist nämlich bis zu Anfang am 10 Uhr bedient. So, und jetzt schalten wir um in die Studiaküche und schauen, was es da Gutes gibt. Grüezi miteinander. Mein heutiger Vorschlag ist ein Risotto mit Steinpilz. Die Steinpilz haben wir im heissen Wasser eine Zeit lang eingeweicht. Jetzt nehmen wir die gehackten Zeebeln und Olivenöl an, dünsten, ebenfalls den Reis. Und dann löschen wir mit ein bisschen Bouillon ab. Sobald die Flüssigkeit verdunstet ist, schütten wir die Steinpilz mitsamt der Einweichflüssigkeit hinein. Kräftig umrühren und während dem Kochen des Risottos immer ein bisschen Bouillon dazugissen, damit der Risotto nicht vertrocknet. Kurz vor dem Anrichten kommt der Safran hinein. Dann verfeinern wir den Risotto mit Anken und Parmesan und servieren ihn mit Salat. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir danken, dass Sie für uns Zeit gehen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Das sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Bei Coop gibt es Papiernastüchli Tempo, eine Packung an 10x10 Stück, nur 1,40. Papiernastüchli Ronda, eine Packung an 24x10 Stück, nur 2,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Coop Champignons de Paris statt 2,40, jetzt nur 2 Franken. Alle Gläser an 450 Gramm Midi-Confitüre sind jetzt 50 Krabben günstiger. Zwei Stück Kalbsbratwürste sind jetzt nur 1,90. Jeder Becher an 180 Gramm Coop-Jogurt ist jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bananen, das Kilo nur 1,70. Rackblättertöpfel, zweieinhalb Kilo nur 1,75. Auf Wiedersehen! Rackblättertöpfel.